hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge rocket leech nach langer zeit gibt es mal wieder ein video eben halt auf meinem channel und ich bin heute mal wieder viel mal chaos eben halt oder okki oder eben halt ich hab keinen namen dropshot wie das heißt nach langer zeit eben halt erst mal wieder ein neues video also wenn ich jetzt eben heute schlechter spiele habe ich keine ahnung keine verbindung für einen gegner möglich klasse der tag kann man ja in der garage gucken ah fertig nice spielen wir 4x4 unter wasser ich mag das ist meine lieblings man so schön ja ich spiel noch mal äh das ist der tour und so haben wir ein tor haben wir ein tor gut Okay, ich war nicht ja zuerst, ich muss endlich mal erreichen. LOL LOL Nein Ich hab auch keine Ahnung, wie das richtig geht. LOL, ja okay, ich kann es nicht. Oho, nice. Alles klar, Digga! Alles klar, Digga! Nein! Nein! Nice. Das ist ein Rohr, nicht mehr. Schade. Aber macht nichts, kriegen wir trotzdem hin. Ach so, zu nächsten Projekten noch, würde ich sagen. Ähm... Also, Rainbow Six Siege kommt immerhin jetzt alle drei Tage und... Ähm... Rocket League alle... ...jeden Tag eigentlich. Warum bist du so behindert? Digga! Alles ist deine Schuld! Da, guck, guck! Schmeiß den raus! Das ist ein Bot! Nein! 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 I am... I-I-I-I-I-I am the one... I have... ...one million... ...Ebos. Ebo... ...Ebos. Ey, du kleiner, fetter, blauer Typ, Digga! Kleiner... ...Dicker... ...Grüner... ...Pastversicht. Alle vorbeispringen. Zum hundertsten Mal. ...Dicker, du bist so behindert eigentlich, ne? Ehrlich, ich hab die schon reportet. Irgendwie haben wir ein Eigentor, also Schnauze. Und tu auf, immer die anderen Leute zu rachen. Kleiner Vollidiot. Bist doch behindert im Kopf. ...Dicker, ich reporte dich jetzt, ne? Alles klar, schmeiß ich den Heuchtenner zu euch. Mann, das ist scheiße. Was ist denn mit dir falsch, ey? Du hast doch eine Störung, du kleine Hure. Bitte reportet mal alle Wachboy. Na, schade. Ehrlich, ey, was ist mit dem Typen falsch? Ein Horn. Ne, danke, will ich jetzt nicht. Du bist doch bescheuert im Kopf, du kleine Huren. Sorry, dass es jetzt so ausfallend wäre, aber eben halt, eigenen Leute eben halt immer nur rammen und rammen und rammen und so. Und das Ehrliche, ihr regt immer halt auf. Sorry, tut mir leid, ne, aber... Na ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann... ...spielen wir weiter, ne? Ciao.